Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Tierlist-Update auf dem Kanal. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Als allererstes vielen Dank für das ganze positive Feedback unter unserem ersten Tierlisten-Video. Habe ich mich mega gefreut, dass euch das auch so gut gefallen hat. Deswegen heute sofort das nächste Update in der Ranked Letter. Es ist wirklich einiges passiert, gibt einige Veränderungen zur letzten Woche. Schauen wir uns natürlich jetzt sofort an, bevor wir loslegen. Nur noch ein ganz kurzes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Mage Market, dem mobilen Marktplatz für Magic-Karten. Falls ihr auch mal in die Paper-Magic-Szene einsteigen möchtet oder vielleicht auch schon mit dabei seid mit einem Einzelkartenkauf, könnt ihr zum Beispiel auch hier den Kanal unterstützen. Fände ich auf jeden Fall super nice. Wie immer alle Infos in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Und wir, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die aktuelle Tierlist an. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Die Grundlagen unserer Tierlist haben wir ja schon im ersten Teil der Videoreihe besprochen. Also hier heute sofort das Update. Hier die aktuelle Einschätzung des Metagames. Beispiel-Decklisten werde ich euch natürlich wieder teilweise einblenden. Aber auch alle passenden Decklisten wie immer über die Videobeschreibung zu finden. Falls ihr selber auf der Suche nach einer Deckliste seid, habe ich euch auf jeden Fall wieder alles hinterlegt. Ansonsten, was gibt es jetzt noch zu den Decks zu sagen? Diese Woche alleine oben an der Spitze haben wir die Golos Field of the Dead Decks. Kein Deck wird aktuell öfters gespielt. Sehr konstant, gute Winrate. Das überrascht halt aktuell einfach nicht. Das Deck hat ein super starkes Late Game und es gibt wirklich kaum Möglichkeiten, das Deck einfach aufzuhalten. Deswegen eine Möglichkeit ist immer, einfach schneller zu sein als das Deck. Deswegen sehen wir aktuell auch echt viele super aggressive Decks. Und wer jetzt an dieser Stelle hier mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht selber mal ein Field of the Dead Deck zu bauen, der sollte auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Der Magic Esports Twitter-Account hat nämlich ein vorgezogenes Update der Bandliste angekündigt. Mein Tipp an der Stelle auf jeden Fall, Vorsicht ist geboten. Field of the Dead könnte auf jeden Fall von einem Bann getroffen werden. Also behaltet vielleicht lieber eure Wildcards bis zum 21. Oktober. Wartet das Update ab und falls dann das Field of the Dead wirklich gebannt wird, dann wird sich nämlich das Meta sehr stark verändern. An der Stelle, ich frage ja echt ungern danach, aber Leute, lasst doch vielleicht mal ein Abo da. Dann bleibt ihr auf jeden Fall immer up to date. Da wird einiges passieren. Da wird es natürlich hier auch wieder ein großes Update-Video geben. Müssen wir aber erstmal warten, was da genau passiert. Und ich würde auch sagen, genug jetzt über das Top-Deck geredet. Das haben wir alle auch schon oft in Aktion gesehen. Golos ist halt einfach super stark. Schauen wir uns jetzt lieber nochmal kurz die Neueinsteiger für diese Woche an. Ich wollte ja auch hier immer unsere Tierlist und ein paar Decks erweitern. Aber jetzt erstmal hier ganz oben eingestiegen ist das Jaskai-Fires of Invention-Deck. Halt Fires of Invention und ein Haufen Planeswalker. Die Decks gab es ja auch vorher irgendwie schon. Aber warum ist das Deck jetzt so weit oben eingestiegen? Das liegt auf jeden Fall an den Feen der Wünsche im Best of 1. Darum geht es ja hier auch gerade überwiegend. Da ist die Karte einfach super stark. Wir können uns eine Karte aus dem Sideboard holen. Direkt umsonst über die Fires spielen. Das ist einfach ein super starker Vorteil. Man kann halt einfach auf 15 sehr starke Sideboard-Karten zurückgreifen. Ihr seht ja auch gerade mein Sideboard. Man kann sogar Karten in ganz anderen Farben ja über die Fires spielen. So was wie Casualties of War oder mal ein Elder Spell im genau richtigen Moment. Das gewinnt halt einfach Spiele in einem super konstanten Planeswalker-Deck. Performt im Moment auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch Golgari Adventures und ein Mono-Schwarzes Deck unter den Neueinsteigern. Das Adventure-Deck ist jetzt nichts super Besonderes, würde ich mal sagen. Halt einfach ein super konstantes Midrange-Deck. So was kann man natürlich immer sehr gut spielen. Und dann wohl die stärkste Variante der aktuellen Mono-Schwarzen-Decks. Es gibt ja auch einige Agro-Varianten von dem Deck. Aber die etwas langsamere Version von dem Deck, zum Beispiel mit Liliana oder Bolas Citadel, also einem etwas stärkeren Late-Game, die scheinen insgesamt etwas besser abzuschneiden, als die Agro-Kollegen, so scheint es zumindest im Moment zu sein. Es kann sich, wie gesagt, noch einiges ändern. Dann haben wir hier noch Celestia-Token, ein ähnliches Deck. Habe ich euch ja sogar schon hier gezeigt, als mein Anti-Meta-Deck, als noch so richtig viel Agro gespielt wurde. Die Idee hatte anscheinend nicht nur ich. Das Deck ist immer noch super solide, kann sich hier auch diese Woche recht gut jetzt mal platzieren. Und dann haben wir noch Mono-Weiß-Agro und Reanimator bei den Neueinsteigern. Reanimator ist natürlich jetzt kein neues Deck. Aber wie gesagt, ich wollte hier einfach mal alle Decks einsortiert haben. Es haben halt auch super viele von euch nach dem Deck gefragt. Also bitte weiter Kommentare schreibt mit Decks, die ihr hier gerne in unsere Tierlist einsortiert sehen wollt. Lässt sich auf jeden Fall alles noch machen. Kurz hier zum weißen Agro-Deck. Das sieht man jetzt mal ab und zu. Ist aber vom Power-Level auf jeden Fall etwas schwächer, als zum Beispiel die Flyer oder eben die Mono-Schwarzen. Agro-Decks, die habe ich ja eben kurz schon angesprochen, die performen einfach insgesamt ein bisschen besser. Die sind ein bisschen aggressiver und damit einfach noch ein bisschen stärker. Aber mal schauen, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt. Die Decks sind ja jetzt erstmal hier mit auf der Liste. Und alle anderen Decks, die hatten wir soweit auch schon im ersten Tierlist-Video. Aber teilweise haben sich ja die Positionen der Decks noch geändert. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Das habe ich natürlich auch nochmal optisch für euch umgesetzt. Also Leute, gleich bevor ihr geht, ein Daumen hoch. Wäre wirklich super, super nice. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber jetzt seht ihr hier auf jeden Fall nochmal die Veränderung. Diese Woche Mono-Rot hat auf jeden Fall etwas Boden gut gemacht im Meter. Das liegt aber weniger daran, dass das Deck irgendwie an sich besser geworden ist. Sondern eher daran, dass die Goal-Loss-Field-Decks viel zu stark sind. Mono-Rot ist halt mit das schnellste Agro-Deck immer noch super konstant. Das kann halt da einfach ganz gut mithalten im Meter. Und auch ab und zu einfach einen super krassen Start hinlegen. Da kann dann gar kein Deck mehr mithalten. Also Mono-Rot immer noch eine sehr gute Wahl im aktuellen Meter für die Rank-Gledder. Man kann halt auch sehr schnell seine Spiele zocken. Ist wirklich ein gutes Deck. Hinzu kommt halt auch noch die Zirkus-Variante von dem Deck. Das ist ja von den Wild Cards wirklich super preiswert. Und deswegen bauen das Deck am Anfang auch super viele Leute zusammen. Demnach sehen wir das Deck einfach ein bisschen öfters im Meter. Aber auf jeden Fall immer noch eine sehr solide Wahl. Genau wie das coolen Mid-Range-Deck. Das hat auch ein bisschen zugelegt. Performt halt echt ganz gut im Moment. Aber auf jeden Fall nicht so gut wie hier die Decks auf der Mono-Roten-Ebene. Die sind schon noch ein Ticken besser. Aber auch hier Simic Flash konnte nochmal ein bisschen nach oben steigen. Das Deck war vorher schon super, super solide. Ist aber jetzt eines der wenigen Decks, die halt auch noch ganz gut mit dem Golos-Deck umgehen können. Das ist halt jetzt echt ein kleiner Vorteil. Die ganzen Counterspells, die sind manchmal echt schon sehr praktisch in dem Match-Up. Kann man also wirklich sehr gut spielen aktuell Simic Flash. Und dann noch Grixis Fires mit dem größten Sprung nach oben in dieser Woche. Das liegt hier aber tatsächlich nur an den Feen der Wünsche. Die Decklisten wurden alle ein bisschen überarbeitet. Ähnlich wie das Jeskai-Fires-Deck nutzt man einfach hier sein Sideboard, um nach super starken, effizienten Einzelkarten zu suchen. Einziger Unterschied ist, das Jeskai-Deck ist meistens ein bisschen aggressiver und hat halt Teferi. Das pusht das Deck ein bisschen weiter nach oben über das Bolas-Deck im aktuellen Meter, aber auch so. Grixis Fires, super starkes Deck. Konnte sich hier auf jeden Fall diese Woche sehr gut positionieren. Und der letzte Aufsteiger für heute ist das Madu-Ritter-Deck. Mit Embercleave kann das Deck halt auch einen sehr aggressiven Start hinlegen. Und ist deswegen jetzt auch etwas besser platziert, als das noch zweifarbige Ritter-Deck in der letzten Woche. Also auch ein leichter Sprung nach oben für die Ritter. Lässt sich auch noch ganz gut zocken und leicht abgestiegen hingegen. Sind Band-Ramp, kann sich aber immer noch einen Platz ganz oben sichern. Also das Deck ist halt immer noch super, super stark. Golas eskaliert halt einfach nur ein bisschen sehr aktuell. Ich meine Nissa, Oko und Teferi zusammen mit großen Kreaturen. Das ist einfach super stark, kann man immer noch richtig, richtig gut spielen. Das Deck ist ja wirklich noch ganz weit oben positioniert. Dann Mono-Grün-Beatdown und die Sultai-Okulisten. Die sind immer noch recht gut, haben aber auch minimal an Stärke im Meta verloren, so vom Verhältnis her. Weil es meistens einfach ein paar bessere Alternativen gibt für die Decks. Und Feather-Beatdown und die Pyromancer-Decks, die konnten sich bisher noch nicht so wirklich im Meta durchsetzen. Und haben ebenfalls ein paar Punkte verloren, könnte man sagen. Größter Verlierer allerdings ist das Esper-Doom-Deck tatsächlich. Zwar immer noch ein sehr solides Deck, welches am Anfang. Aber auf jeden Fall überschätzt wurde. Die Agro-Decks konnten sich recht schnell anpassen. Und die langsamen Decks haben halt auch nicht die größten Probleme gegen die Esper-Doom-Listen. Also auf jeden Fall ein ganzes Stück hier nach unten gegangen. Aber mal schauen, ich würde sagen, das waren jetzt nämlich schon die wichtigsten Infos für diese Tierliste. Ich bin halt super gespannt, wie sich das Meta noch weiter entwickeln wird. Besonders, wenn am 21.10. vielleicht noch eine Karte gebannt wird. Aber mal abwarten an der Stelle, Leute, kann ich euch wirklich nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.